Der Kellerwaldturm. Nach dreiviertel Stunde Wanderung steht er vor im Jahr. Jetzt geht die Treppen hoch. Die Aussicht ist leider sehr schlecht. Diese Richtung müsste Untershausen liegen, aber da sieht halt nichts. Jetzt kannst du mich dran walken. Jetzt packen. Jetzt packen wir das Auto. Von Dattels bin ich gelaufen. Mit der Verlängerung geht es nach einer. Und da bin ich schon einmal rundherum. Die Finger sind kalt, zieht mir echt. Jetzt sind wir. Hübsch hoch ist er ja auch noch der Turm. So, da muss ich beim besseren Wetter nochmal wiederkommen. Dann geht es gleich da hinten raus. Das ist ein Stück vom Rückweg. Gefällte Bäume. Und da geht es weiter. So weit waren wir auch letztes Jahr mit Mario und Reinhardt. Da hat dieser Felsen. Auf dem Weg liegen überall Bäume. So, Wandermannschatz hat mich zwar wieder verlaufen, aber gleich habe ich es. Nach Süden sieht es wettermäßig jetzt richtig schön aus. Da hinter dem Hügel steht mein Auto da hinten. Bin ich gleich dort. Und Richtung Bad Wildungen sieht es wieder richtig fies aus. Ich gehe jetzt gleich zum Café Schwarze. Leckle nicht mehr noch das Kaffee und schönen Kuchen. Und dann hatte ich einen schönen Nachmittag. Ich hoffe, dass du auch eine gute Zeit gehabt hast. Bis bald. Atth اس einsea Sinner würde. Die McC Где gaan. Allein fond. Die Gord raus. Da ist alles besser.